Es lohnt sich, diesen Jeep einmal näher anzuschauen. Ein Dieselmotor und eine Automatik sorgen dafür, dass Sie mit diesem SUV gut vorankommen. Das Fahrzeuginnere bietet Platz für 5 Personen und ist mit einer Klimaautomatik, einem Regensensor und einem Bordcomputer ausgestattet. Neugierig geworden? Kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren.